so weiter geht es heute mit drum club und weiteren zwei rennen mit dem auto stehen derzeit 1305 oder 1 2 5 oder 1 5 Nein, 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 habe ich nichts. Ich erinnere mich an dieser Strecke. Ich erinnere mich an dieser Strecke, aber er ist drin und damit haben wir die Ausgabe. Ich erinnere mich an dieser Strecke. So, abschließend. Wir haben sie. So, ist mir egal. Wir haben sie auch. Wir haben sie drei von drei Sternen. Einen Runden haben wir noch. Ich habe ein Schwer, wie. Los geht's. Reichter, PZE und Topf. Okay, eine Zeit von 3,7 oder weniger. Und die 251 von der Höchstgeschwindigkeit. Ich erinnere mich an dieser Strecke. Dann geht's an dieser Strecke. Das ist so. Okay, jetzt ist das dramatisch. Ich kann mich auf den Ecken sehen, wie wir Hälfte ziehen, die wir vorher gefahren sind. Die Reihe rennen. Also muss man auf jeden Fall nicht auf 5 kommen. Da ist auch ein bisschen heiß gebraucht. Äh, alter Kollege. Ich nehme mal deine Schauflöschchen ein, hier. Ach, die 42 haben wir schon auf die Reihe gehen. Oh, komm. Ich nehme doch mit. Ja, Bremsgeschafft. Ja, Bremsgeschafft. 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 Oh, schwa PO. Ich sehe diese Tiefe, wenn sie rein machen müssen. Ich gebe mir einfach mal. Absch kids zu signieren. Ze Lam auch mal. Bild kann nicht, ohne sich selbst nichts zu dem. Schmesst. Er hat einen Gespunkt dieses astronomical. Ich halte ein Geraden. Sch damen doch. Glocken ver. Und da ist 7 Und dannIfSchutz. Wir können mal den Wettbewerb mitnehmen. Oh ja, da ist doch fast geplatzt. Die sind ziemlich wieder weg, weil da wieder alle vorbeigehoben sind. Nein, das ist gut. Das ist wieder weg. Das ist wieder weg. Ich werde den Pfْd-dumpen schlagen. Zeig auf die Pfْd-dumpen. Okay, fuck jdriver. Ich habe ihn schlopter. Hunde und schlafen ihn. Also, die Pfْd-dumpen sind. Ah, du nervst mich gerade. Damit er so frei sei. Wir haben die Aufgaben gelöst, wir haben alle drei Sterne, alles andere ist eh Wurst. So. Cool, da sind wir schon wieder durch heute. Hälter, das ging jetzt noch nicht. In der nächsten Folge geht es weiter. Der HyperCard, ne? Vielleicht noch.